Hallo liebe Schüler, liebe Freunde der klingonischen Sprache, mein Name ist Lievenlieta und ich bin euer Klingonischlehrer. Herzlich willkommen zu unserem klingonischen Adventskalender 2020. Und zwar verlosen wir ja in diesem Adventskalender diverse klingonische Artikel, wie zum Beispiel ein paar Lanyards, ein Thermobecher mit dem klingonischen Logo, klingonisch für Einsteiger und sehr viele interessante Bücher, wie auch die Ausgabe, die klingonische Ausgabe des kleinen Prinzen Tapukmatsch, erhältlich beim Verlag in Farbe und Bunt und alle Artikel natürlich auch in unserem Webshop unter klingon-speaker.com-shop. Ja und heute werden wir für euch eine schöne Sache verlosen und zwar die Grundlage der klingonischen Sprache, das offizielle Wörterbuch Deutsch-Klingonisch, Klingonisch-Deutsch. In diesem Wörterbuch bin ich sehr stolz, dass ich daran mitarbeiten durfte und zwar es gab ja eine Ausgabe vor vielen, vielen Jahren, die zwischenzeitlich überarbeitet wurde und ich hatte die große Ehre, an diesem Werk mitzuarbeiten, um sicherzugehen, dass das auch gutes klingonisch ist, dass es richtiges klingonisch ist und deswegen bin ich sehr stolz, sagen zu können, dass in diesem Werk vorne auf dem Deckblatt der Name des Erfinders der Sprache Mark Okron steht und direkt darunter steht mein Name, denn ich bin euer Klingonischlehrer. Wer jetzt dieses Exemplar haben möchte, das offizielle Wörterbuch Klingonisch-Deutsch, Deutsch-Klingonisch mit persönlicher Widmung, dann schreibt uns jetzt in den Kommentaren einen kleinen Hinweis, eine Anmerkung oder eine Anekdote oder auch einfach nur einen netten Gruß, warum ihr dieses Buch haben wolltet. Das offizielle Wörterbuch Klingonisch-Deutsch. Deutsch-Klingonisch wird heute verlost hier an dieser Stelle und euch gleich zugeschickt. Erhältlich ist das Buch beim Hehl Verlag, aber eben auch in unserem Shop, dort könnt ihr es nachbestellen, wenn ihr das wollt. Ja, und ansonsten noch der letzte Hinweis, nicht vergessen, unter allen Teilnehmern, auch die, die schon etwas gewonnen haben, werden wir am Ende der Verlosung einen Hauptpreis verlosen und zwar für unseren Klingonisch-Kurs im Jahr 2021 das große Jubiläum. 20 Jahre Klingonisch-Kurs, dort werden wir wirklich ein Feuerwerk abzünden. 20 Jahre Klingonisch-Kurs werden wir an fünf Tagen, wirklich, wir fangen schon dienstags an. Jetzt muss ich nachzählen, ob das stimmt. Ja, egal. Es wird sehr viel Klingonisch sein, sehr viel Spaß machen und deswegen habt ihr die Möglichkeit, eben das Ticket für dieses Wochenende zu gewinnen. Deswegen, jetzt, heute verlosen wir Klingonisch für, äh, Klingonisch, ja, das offizielle Wörterbuch. Alles andere kommt morgen. Morgen gibt es dann der kleine Prinz auf Klingonisch vom Verlag in Farbe und Bunt. Wir sehen uns morgen wieder. Das war für euch euer Klingonisch-Lehrer, lieben Lita. Krap, la!